Hier kommen die Gewinner. Die drei Besten der 114 eingereichten Businesspläne der dritten Stufe von BPW-Plan und die drei Besten der 38 eingereichten Konzepte im dritten Zyklus des BPW-Canvas. Wir sind Kathleen und Jutta von Evergreen Food. Wussten Sie, dass Vitamin B12 in tierischen Lebensmitteln am meisten enthalten ist und dass Vitamin B12 lebensnotwendig ist? Es gibt eine Pflanze und zwar eine Mikroalge, die Chlorella vulgaris. Diese beinhaltet besonders viel Vitamin B12 und ist super gesund. Sie schmeckt nicht besonders gut. Das ist unser Problem, was wir lösen wollen. Richtig. Und was wir daraus gemacht haben, ist ein Topping in drei leckeren Geschmäckern, was vielfältig einsetzbar ist. Zur Vorspeise, Hauptspeise oder zum Dessert. Zudem kommt die Alge aus Deutschland, ist frisch und schonend verarbeitet. Überzeugen Sie sich und probieren Sie die Lütke-Algenperle aus der Superfood-Alge Chlorella vulgaris. Wir sind Evergreen Food und wir machen Lebensmittel aus außergewöhnlichen Zutaten. Hallo, ich bin Dominik von Fairwindel. Wir von Fairwindel haben uns zum Ziel gesetzt, eine Kampagne aufzusetzen, um eine Windel fair, transparent und nachhaltig zu gestalten. Unsere Innovation ist der Superabsorber in der Windel drin. Dieser besteht aus nachhaltigen Rohstoffen. Unterstützen Sie nun jetzt unsere Kampagne und besuchen Sie die Webseite fairwindel.de. Denn das ist erst der Anfang. Durch schlechte Mischung werden jedes Jahr Millionen Tonnen an schädlichen Emissionen und Treibchaosgasen in die Atmosphäre gepumpt. Diese unzureichende Mischung ist nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern sie kostet auch viel Geld. Auch in Verbrennungskraftmaschinen wie Gasturbinen oder Motoren ist die Mischung von Luft und Kraftstoff essentiell für geringe Emissionen. Mit smarten Düsen sind wir von FTX in der Lage, eine bis zu 15-fach bessere Mischungsqualität zu erreichen. Basierend auf fluidischen Oszillatoren erzeugen diese smarten Düsen einen schwingenden Freistrahl, wie Sie hier sehen können. Der Clou daran ist, dass diese Düsen ohne bewegliche Teile funktionieren. Das macht unsere Produkte weltweit einzigartig. Unser Team besteht aus hochmotivierten Spezialisten und zusammen bieten wir von FTX smarte Düsen für den perfekten Mix. Hallo, wir sind Marcel und Viola Pfützner von der MMM GmbH. Und wir möchten mit Hilfe des medizinischen 3D-Drucks die Ausbildung von Ärzten verbessern. Mit unserer Produktidee Humanix bieten wir Krankenhäusern, Universitäten und Medizintechnikunternehmen realistische Trainingsmodelle. Diese basieren auf Patientendaten und entsprechen damit einer 1 zu 1 Kopie. Bisher lernen Mediziner und Medizinstudenten hauptsächlich an der gesunden Struktur des Menschen. Mit Humanix bringen wir die komplexen anatomischen Fälle aus dem Operationssaal in den Lehrsaal und bieten damit einen wesentlichen Mehrwert in der medizinischen Ausbildung. Das bereitet den Arzt und den angehenden Arzt auf einen sicheren Umgang im Krankenhaus vor. Humanix, medizinische Modelle für individuelles Training. Alle 590.000 Transportunternehmen in Europa sind konfrontiert mit hohem Kosten und Zeitdruck und dabei immer komplexer werdenden Lieferketten. Störungen und Einflüsse sind deshalb sehr spät erkennbar und die Transportunternehmen können eigentlich nur noch Feuer löschen. Und um diese Störungen und Ereignisse frühzeitig erkennen zu können, bietet Synvio eine Lösung an, die Transporte in Echtzeit zu überwachen und alle angefallenen relevanten Ereignisse den Transportplanern in ihre aktuellen Systeme zu überliefern. Dabei achten wir insbesondere auf die gesamte Lieferkette und bereiten dem Planer somit alle Informationen auf, dass er seine Planung frühzeitig ergänzen und damit super arbeiten kann. Wir, unser dritter Mann Marian Pufall, Andreas Meyer und ich, Anne Baumgras, verfolgen die Idee jetzt seit anderthalb Jahren. Synvio. Logik und Logistik. Sie möchten immer die beste Entscheidung für Ihre Gesundheit treffen? Wussten Sie, dass jedes Jahr in tausenden klinischen Studien neue Behandlungen erforscht werden? Mit Viomedo geben wir allen Patienten Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden im Rahmen klinischer Studien. Wir bündeln Studieninformationen für Patienten zentral auf unserer Online-Plattform. Damit bringen wir Transparenz in den Bereich der klinischen Studien. Bereits viele Patienten benutzen Viomedo, um die Studienteilnahme für sich als Therapieoption in Betracht zu ziehen. Auf www.viomedo.de finden Sie die passende klinische Studie zu jeder Erkrankung für sich selbst und Ihre Angehörigen. Alle Studieninformationen auf Viomedo sind aktuell. Sie finden auch direkt die Studien in Ihrer Umgebung. So bekommen Sie auf Viomedo den Zugang zur Medizin von morgen schon heute. www.viomedo.de 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 www.viomedo.de